So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen, gemeinsam mit XTB. Heute ist Donnerstag, der 12. Oktober 2023 und wir wollen uns gemeinsam einen Blick auf die Märkte gönnen. Wir wollen uns gemeinsam einen Blick gönnen, schon mal vorab, auf die heute um 14.30 Uhr zu veröffentlichen US-Inflationszahlen, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Das Spannende ist aktuell, dass wir extrem stark zum einen in Equities uns weiter Performance zeigen, trotz der jüngsten Widrigkeiten, Spannungen am Zinsmarkt mit Sicherheit, dann auch der Non-Farm-Payroads. Da gab es schon eine sehr starke Reaktion und dann eben auch dieser Risk-Off-Modus über die Eskalation im Gazastreifen, die weggeatmet werden konnte. Besonders die US-Märkte haben sich da sehr, sehr stark präsentiert, bereits am Montag mit dem Gap-Down eröffnet, haben dieses Gap nicht nur geschlossen, sondern oberhalb der Hochs von Freitag schließen können. Das war eine starke Reaktion. Sind dann weitergelaufen auf der Oberseite. Ich sagte für gestern eher Tendenz in Richtung Konsolidierung. Tja, von wegen Konsolidierung. Wir haben zwar auf höher als erwartete Erzeugerpreise wiederum, zwar ein Rücksetzer gesehen, aber dann dennoch nahe im Bereich der Tageshoch schließen können. Und naja, aktuell läuft die Gegenbewegung im Zinsmarkt. Zinsen, Inflation sind miteinander korreliert. Durchaus denkbar, dass diese vor dem Hintergrund des stark überdehnten Modus sich weiter ausdehnt. Und das wiederum könnte zu einer Ausdehnung dann der Aufwärtsbewegung in Equities führen auf der Oberseite. Deswegen durchaus interessant, auch Gold durchaus interessant, auch hier Zielregion eigentlich schon erreicht. Du denkst dir jetzt, naja, viel ist eingepreist, aber nichtsdestotrotz. Also, grundsätzlich ziemlich, ich möchte mal sagen, diffizile Situation. Wir warten mal ab. Wir schauen mal, welche möglichen Szenarien reinkommen. Und dann alles Weitere, jetzt mal in wenigen Minuten hier dann auch mit den Charts, bevor wir offiziell starten. Zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesn und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kosten uns eine Demo herunter, testet den Handel risikofrei, schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich aller Informationen, vollständiger Risikohinweis, findet ihr auf xdb.com.de. Darum hinausgehend, nutzt auch gerne die Möglichkeit, mit dem Berliner Büro in Kontakt zu treten. Zwecks Fragen zu xdb.com als Broker, Zwecks Kontoeröffnung, Zwecks Handelsstation und dergleichen. Da gibt es die Möglichkeit zu, in eigener Sache ganz kurz der Hinweis, alles was ich hier in den Folgeminuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukativ, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, aber bitte nochmal nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier die gerade erwähnten Kontaktdetails, Telefon und E-Mail, wie es euch beliebt, kurz zu xdb.com als Broker ausgezeichnet, bester CFD Brokersjahres 2023 von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier einmal auf der linken Seite aufgeführt. Ein Grund, eventuell sicherlich auch mit Sicherheit die xStation, auf die wir just jetzt in diesem Moment hier einen Blick werfen wollen. Ich habe hier mal den S&P 500. Wir werden nochmal ein buntes Allerlei im übertragenen Sinne jetzt hier aufziehen in Bezug auf die möglichen Reaktionen. Wie gesagt, es ist ein bisschen diffizil durch den jüngsten Kursverlauf und ich will mich da nicht zu festlegen, will flexibel, mental, geistig flexibel bleiben, einfach um auf eventuelle Überraschungen sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite vorbereitet zu sein. Fakt ist auf jeden Fall, die grundsätzliche Performance-Gegenbewegung, die wir hier zu sehen bekommen haben, gegen die 200-Tage-Linie, gegen den Anchored Volume-Waided Average Price auf die Jahreseröffnung, also Year-to-Date, auf die Jahreseröffnung, ein geankerter, volumengewichteter Durchschnittspreis, der liegt ziemlich genau im Bereich der 200-Tage-Linie. Also es ist der durchschnittlich seit Jahresbeginn bezahlte Preis in einem sehr, sehr bullischen Modus. Da kannst du durchaus davon ausgehen, dass diejenigen, die bis dato diese Rallye verpasst haben, aus welchen Gründen auch immer, oder aber vielleicht im Rahmen der Verwerfungen am regionalen Bankensektor in den USA, besonders im März vielleicht, Position gegeben haben, dann von diesem stark bullischen Lauf, sowohl im Hinblick auf den S&P als auch den Tech-Sektor, der weiter relativ stark ist, nicht profitiert haben, jetzt nochmal vielleicht aufladen wollen. Also demnach scheint mir die Reaktion nachvollziehbar. Was aber wie gesagt spannend ist, ist jetzt, wenn wir sehen, diese Aufwärtsbewegung seit den Tiefs letzter Woche auf die Non-Farm-Payrolls folgend, sieht das da eigentlich ein bisschen überdehnt aus. Und genau das ist der Punkt, ich würde das bejahen, ich würde sagen, das sieht ein bisschen arg weitgezogen aus und hätte auch gestern ja schon in die News jetzt heute hinein in die Inflation gesagt, auch mit dem Bruch dieser Trendlinie hier, hätte gesagt, naja, sieht eher danach aus, als wenn wir erstmal so eine Digestion zu sehen bekommen und dann einen neuen Impuls. Aber das, was dann gestern in den letzten zwei Handelsstunden stattgefunden hat, das war ein klar bullisches Signal. Da gibt es keine zwei Meinungen, das hat sich nicht nur hier gezeigt im S&P 500, also in dem Fall ist es jetzt der Spider, der ETF auf den S&P 500, das hat sich auch gezeigt in den Queues, also wir gehen mal kurz hier erstmal auf den Nasdaq, da sehen wir auch da, da wird es ein bisschen hakelig, wir werden gleich ein Long-Szenario kurz skizzieren für die Inflationszahlen und GameClan grob mal umreißen. Da sieht man aber auch schon, wenn wir das hier als signifikante Trendlinie vielleicht identifizieren, das wäre so eine anzuvisierende Zielregion. Das ist so der Bereich 15, 600 Maximum, eher 550, 530 vielleicht sogar. Wir sind nach oben einfach schon relativ weit gelaufen, das wäre ein potenzieller Zielbereich. Ist da noch genügend in Anführungsstrichen Fleisch am Knochen für die Long-Seite? Oder sind wir nicht ein bisschen überdehnt? Gehen wir vielleicht statt überdehnt zu sein und einen Rücksetzer zu sehen, eher sogar drüber und überdehnt diese Bewegung auf der Oberseite noch. Wie gesagt, außer Frage steht, identisches Bild, wie wir es auch gerade für den S&P skizziert haben. Wir haben auch hier gestern eher erstmal durchwachsende Vorgaben für den Tag gesehen, die nachvollziehbar sind. Also wir eröffneten immer noch relativ stark, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, die Erzeugerpreise gestern, ich gehe mal kurz hier in den Kalender in der X-Station auf gestern, da haben wir die Erzeugerpreise, die sind mit 2,2% über der Erwartung von 1,6% veröffentlicht worden. Also das heißt, es macht sich im Erzeugerbereich offensichtlich bemerkbar, dass die Rohstoffe in eine Bodenbildung übergegangen sind, ziehen wieder an, eventuell eine Indikation, wenn auch verzögert oder lagging, würde man auf Englisch sagen, in Bezug auf die Inflation. Aber unterm Strich haben wir eine Tendenz, dass die Inflation länger höher bleiben dürfte und demnach auch ein höheres Leitzinsniveau für einen längeren Zeitraum absolut angemessen ist. Und das ist etwas, das sollte, oder das hat erstmal initial, hat das für Bearishness gesorgt. Wir gehen mal kurz hier in den Queues auf den 5-Minuten-Chart. Wir sind hier reingekommen, in den Handelstag, haben ein Überrollen gesehen gegen diese Hochs, die wir kurz nach der Eröffnung ausgebildet haben und sind dann mit Abgabedruck konfrontiert gewesen. Aber es war nicht so, dass wir hier unter diesem wichtigen Support-Bereich, der sich am Montag herauskristallisiert hatte, in irgendeiner Form gefallen sind. Sondern, das stimmt übrigens nicht, das ist nicht ganz der 5-Minuten-Bereich von Montag, das war die Konsolidierung, die wir heute Donnerstag, Dienstag zu sehen bekommen haben. Verzeihung, das war eine Etage tiefer, dass wir dieses Gap-Down, dass wir dieses Gap-Down hier zu sehen bekommen haben auf die Non-Farm-Pay-Roots. Das war hier, dieser Bereich, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen jetzt gerade. Aber nichtsdestotrotz, die konnte gehalten werden. Das ist ungefähr die so 367er-Region und dann unglaublich starker Schluss im Bereich der Hochs, im Bereich der Wochenhochs. Und das trotz eigentlich, ja, eines überdehnten Modus, trotz eines Erzeugerpreis-Readings, welches über der Erwartung reinkommt, weiter anziehender Zinsen. Und vor dem Hintergrund, das war genau das, was ich ja auch schon in den letzten Tagen auch immer im Guten-Morgen-Börse hier gemeinsam mit XDB, den Kunden von XDB gesagt hatte. Wir haben eine relativ starke Performance schon im Equities-Bereich zu sehen bekommen und bis dato keine Korrekturbewegung im Zins. Und genau das, was wir jetzt zu sehen bekommen, das könnte eine starke Extension nach sich ziehen auf der Oberseite, also den Modus wirklich mega überdehnen auf der Oberseite. Genauso wie wir auf der Unterseite eine starke Beschleunigung zu sehen bekommen haben im TLT, beziehungsweise auf der Oberseite in Zinsen, dass wir das jetzt auf der Gegenseite à la V mehr oder minder so einzeichnen. Und das ist durchaus ein Szenario, welches man nicht unterschätzen sollte. Das bedeutet also, etwas konkreter gesprochen, wir sollten zwar abwarten, aber nichtsdestotrotz Szenarien skizzieren, die auch die Longseite trotz eines vielleicht unattraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses beinhalten. Und das habe ich hier einmal vorbereitet, jetzt gerade eben schon im ersten Live-Event, welches heute früh um 8.15 Uhr stattgefunden hat. Wir haben diese Bullishness einfach so exemplarisch und dürften bis 14.30 Uhr einen Joppy-Seitwärts-Traden zu sehen bekommen. Also ein Seitwärts-Geschiebe ohne große Impulse. Und dann gibt es hier dieses News-Event 14.30 Uhr mit der Inflation. Ich habe jetzt hier zwei Szenarien eingefangen. Wir werden sehen, der Konsens liegt bei 3,6%. Das kann man hier im Kalender sehen. Heute, 3,6%. Hier und hier schauen wir uns an der Stelle an, auch nicht die Kerninflation, sondern wirklich die Verbraucherpreise. Und was sehr interessant ist, ist, dass 3,6% nahezu wirklich das ist. Da muss man nicht groß drüber nachdenken oder überlegen, was die Primärhändler sehen. Ich habe hier gestern mal einen Tweet gesehen von einem, dem ich folge. Der hatte, oder er schreibt immer die Estimates auch zu den 9 von Paris beispielsweise auf. Und der gleiche, man kann hier sehen, also der größte Brocken in Anführungsstrichen liegt bei 3,6%. Das wiederum lässt natürlich dann Rückschlüsse dahingehend zu, dass man nämlich sagen kann, okay, wenn wir diese Erwartungshaltung haben, dann ist eine Abweichung nach oben 3,8%, nach unten 3,4%, würde ich mal sagen. Und demnach gehen wir jetzt mal rein hypothetisch davon aus, dieser Inflationsprint kommt rein, 3,4%. Wir sehen eine Extremkerze in Anführungsstrichen mit einem Hoch, mit einem Tief, 14,30. Und danach handeln wir innerhalb dieser Spanne. Bis 15,30 die Wall Street eröffnet. Und dann wäre ein Szenario, welches man handeln könnte und welches sich auch von der Longseite für eine weitere Fortschreibung des Trends dann eventuell anbieten könnte, dass wir sagen, wir wollen einen Break aus dieser Extrem- oder über diese Extremkerze zu sehen bekommen, die wir als Referenz nehmen. Also wir wollen uns nicht vorher positionieren, ausgehend von unserer Einschätzung, sondern wir wollen wirklich den Preis uns sagen lassen, was er jetzt vorhat. Und gehen wir dann über diese Hochs und sind in der Lage, oberhalb dieser Hochs zu halten, wäre hier ein Long-Szenario ganz interessant. Alternativ-Szenario wäre auch, 3,4 kommen wir rein, wir sehen einen kurzen Break, vielleicht auf der Oberseite, wenn überhaupt. Aber wir gehen dann aus dieser Spanne, die sich hier um 14.30 herauskristallisiert, auf der Unterseite heraus. Das wäre vielleicht ein Grund, dann ein Korrektiv-Szenario zu sehen, auch wenn ich im Gesamtkontext mich nicht so wohlfühlen würde, weil der Markt einfach relativ stark ist. So, das bedeutet jetzt unterm Strich, das wäre eine Möglichkeit, erstmal eine grobe Kerze, Orientierung, hochtief, nehmen wir die Hochs, Hochs, Tiefs, dann haben wir eine entsprechende Positionierung, ausgehend von der Price Action. Nichtsdestotrotz nach oben, CRV-technisch ein bisschen überdehnt, nach unten, short, wie es im aktuell relativ starken Umfeld nur bedingt sein, lässt dann wiederum den Schluss zu, im Hinblick auf die gewählte Positionsgröße. Ich würde sagen, 50% dessen, was man normalerweise plant, also anders formuliert, wenn ich ein 100er auf den Tisch lege für einen Trade, das ist mein Risiko, was ich willens bin, auf den Tisch zu legen, dann wäre ich jetzt in dem Fall nicht willens, die 100 zu riskieren, sondern würde sagen, 50% davon, also 50 Euro Risk, um einfach mal eine konkrete nackte Zahl in den Raum zu werfen und mich entsprechend diesen Gegebenheiten anzupassen. Und so, dann haben wir den Gegebenheiten gekommen. Morgen, jeden guten Morgen Börse, werfen wir dann wieder einen Blick darauf, was ist rausgekommen, wie hätten wir es handeln können und haben dann eventuell auch die Möglichkeit, mal einen Blick zu werfen auf die dann anlaufende Earnings-Season im Financials-Bereich mit den Banken. Happy Trading! Pass auf, ihr Stops auf, wir hören morgen voneinander. Habt euch wohl, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.